Bitcoin vor Pump, welche Levels da jetzt interessant werden und vor allem wie wir hinsichtlich der Elliot-Bellentieri überhaupt darauf gekommen sind, erfahrt ihr im heutigen Video. Und damit würde ich sagen, servus und herzlich willkommen zum heutigen Crypto-Update von Trading & Air. Wir gehen heute wie immer darauf ein, bei Bitcoin Ethereum auf gerade insbesondere unsere kurzfristigen Targets und letztendlich auch wie sich unsere Bitcoin Long Trade, den wir euch vor wenigen Minuten in die kostenlose Telegram-Signalgruppe reingeschickt haben, wie der sich letztendlich zusammensetzt, wie wir darauf gekommen sind, was die Trade-Idee dahinter ist. Bevor wir anfangen, eins wie immer noch vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über den Kommi würden wir uns natürlich auch mega freuen. Außerdem werden jetzt hier unser Altcoin-Spezial-Video vor zwei Tagen gemacht, könnt ihr auch gerne mal abchecken, falls es noch nicht geschehen und wir werden das Ganze nochmal wiederholen, da es so extrem gut bei euch angekommen ist. Sprich, falls ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne mal in dem Video einfach in die Kommentare schreiben, dann gibt es da auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, Kryptomarkt-Brasion bei den 810 Milliarden US-Dollar, damit circa 0 auf 0, gleiches Spiel bei Bitcoin hier leicht im Plus, aber mit 0,14%, notieren bei den 16.860 US-Dollar, Ethereum hier ebenso, circa 0 auf 0. Wir gehen auf die Ausreise ein, nach oben raus einmal The Graph mit 5,7%, Litecoin mit 5,2%, ICP mit 3,8% und Taraluna Classic hier nochmal mit 5,6% und nach unten raus gibt es auch ein bisschen was, Neutrino US-Dollar mit 4,6% im Minus, Chain mit 3,6% und Stacks mit 3%. Wir gehen auf Bitcoin-Chart, grundsätzlich gucken wir uns erstmal die Weekly Candle an, hat aber relativ unspektakulär geschlossen, nach wie vor aber einfach der Hinweis, diesen Daily Close, den wir hier unterhalb der 17.600 US-Dollar bekommen, ist grundsätzlich erstmal bearish zu werten. Wir hatten jetzt nochmal einen leichten Schatten nach unten raus, ist jetzt aber trotzdem nicht allzu spektakulär, da wir einfach fast so geschlossen haben, wie wir die Kerze eröffnet haben. Auf dem Daily Time-Film relativ ähnlich, wenig Movement gestern Abend und Sonntag gehabt, war auch der Daily Close jetzt nicht allzu volatil, beziehungsweise die Weekly Close eben auch, aber gut. Wir gehen auf den 4-Stunden-Time-Film, gehen erstmal grundsätzlich für die, die neu auf unserem Kanal sind, auf unseren übergeordneten Count ein. Und zwar gehen wir bereits seit unserem All-Time-High davon aus, dass wir uns in einer WXYXZ-Bewegung befinden und diese Welle Z eben hier seit den 25.000 US-Dollar uns nach wie vor begleitet. Vorzugsweise aktuell stand jetzt auf die 14.400 US-Dollar, haben diese Welle Z nochmal unterteilt in ein WXY hier in grün. Und diese Welle Y nochmal in das weiße ABC, wo wir aktuell noch nach wie vor in der C sind. Und diese C nochmal in den gelben Count letztendlich, sprich in der 1 runter, aktuell nach wie vor noch in der 2, kann ich schon mal vorab sagen. Und dann nochmal in der 3, 4, 5 nochmal abzuverkaufen und dann unseren finalen Boden bei Bitcoin zu finden. Auf dem Stunden-Time-Film können wir nochmal etwas besser erkennen, wenn es jetzt mal laden würde, wie wir unsere 2, unsere gelbe 2 letztendlich unterteilt haben. So haben wir das Ganze übergeordnet nochmal in dem roten ABC, sprich A hoch, B runter, aktuell nach wie vor in der C. nochmal unterteilt. Genau, und gehen jetzt eben in der C hier nochmal auf unseren Intra-Account ein. Haben jetzt eben einmal gesagt, okay, on 2 hier in orange. Diese 2 ist bereits gestern hier gefunden worden und sind aktuell und sollen danach in diese orange eine 3. Weshalb wir jetzt einfach sagen, Stand jetzt ist ein Pump sehr wahrscheinlich, kommen aber gleich nochmal auf den 15-Minuten-Time-Film dazu. Einmal um da nochmal in der 4 abzuverkaufen, 5 leicht Richtung Hi-Hi-Hi. Und dann gibt es hier zwei markante Optionen. Einmal unser 05er-Film-Nachie bei den 17.300 US-Zöller haben wir eine Ineffizienz und unser Golden Pocket bei den 17.575 US-Zöller. Auch ein guter Bereich. Auch hier haben wir noch eine kleine Ineffizienz offen. Genau, wir gehen auf den 15-Minuten-Time-Frame. Ihr könnt ja nämlich letztendlich den Unter-Account unserer orangenen 3 hier nochmal erkennen. Den haben wir nämlich jetzt erstmal in grün gekennzeichnet. Kann ich euch einmal ganz kurz einzeichnen. Sprich 1 hoch, 2 hier runter. Sind jetzt aktuell hier in der 3. 4 runter, 5 hoch. Das wäre jetzt zuerst mal der übergeordnete Fahrplan. Aber auch hier haben wir nochmal einen kleinen Unter-Account. Und zwar sagen wir, wir sind hier in der 1 hochgekommen. Sind aktuell hier in der 2 der 3 sozusagen. Haben hier unserer Meinung nach Stand jetzt den Boden noch nicht gefunden. Auch wenn wir jetzt hier schon mal ein bisschen Support reinkriegen. Haben jetzt hier beim 05.4 noch mal ordentlich Support bekommen. Wir gehen aber eher davon aus, dass wir hier nochmal leicht in Richtung Low-Low wandern. Weshalb wir hier auch unseren Long-Trades platziert haben. Hier kommt nämlich einiges rein. Erstmal kommt hier unser Golden Pocket rein. Angelegt von unserem grünen 2 bis hoch zu unserem aktuellen High. Und letztendlich unser 08.7 vor dem SL natürlich. Und auch hier in der 2 hatten wir nochmal ein AB letztendlich gefunden. Beziehungsweise haben wir eben ein AB nochmal gebildet, wo wir aktuell nach wie vor in der C sind. Und hier kommt eben der reguläre Extension-Bereich ebenso bei den 16.800 US-Solar rein. Den TP haben wir jetzt erstmal offen gelassen, da wir hier auf jeden Fall auf die innere Struktur schauen müssen. Grundsätzlich sind das aber auch genau die Levels, die wir jetzt nach unten raus im Blick behalten müssen. Falls wir nochmal das 05 rausnehmen, wie gesagt, sehr wahrscheinlich, dass wir hier unseren Entry anlaufen bei den 16.800 US-Solar. Dann sehen wir hier uns erstmal die Struktur an. Zusätzlich haben wir unten beim 07.6 noch eine Ineffizienz, die wir natürlich ebenso mit dem SL abgedeckt haben. Falls ihr solche Signale nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne mal in die kostenlose Telegram-Signalgruppe reinschauen. Ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. So sehen die beispielsweise unsere Signale aus. Ist jetzt beispielsweise sogar der Long Trade, den wir hier bei den 16.800 US-Solar hinterlegt haben. Wie immer, muss natürlich dazu gesagt sein, ist keine Anlageberatung. So traden wir. Ihr könnt das Ganze nachmachen, müsst es aber natürlich nicht über die Zeit hinweg. Unser Meinung nach aber definitiv profitabel. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal auschecken. Ebenso in der Videobeschreibung verlinkt ist unsere Talk-in-News-Gruppe, falls ihr den Austausch in der Community haben möchtet. Oder einfach mal, gibt es auch mal wieder so kleinere Updates oder Trade-Ideen eben von unserer Seite. Außerdem haben wir eben noch nach wie vor unsere Support-Line, die uns hier nochmal ein bisschen Support bringen kann. Übergordnet können wir auch mal ganz kurz auf unsere nächsten Targets demnach eingehen, wenn wir hier Support finden sollten. Und zwar ist das einmal unser trendbasiertes Firmat-Retracement, manchmal gerade in grün. Da wäre dann die nächste Haltestelle circa bei den 17.000 US-Zollern bis runter auf die 16.950 US-Zollern, was dann erstmal der nächste, wirklich stärkere Resistance-Block werden könnte. Also wie gesagt, nach unten raus. Wir gehen aktuell nach wie vor davon aus, dass es hier nochmal ein bisschen nach unten geht, Richtung Golden Pocket bei den 16.800 US-Zollern, um da nochmal einen ordentlichen Pump hier reinzukriegen in die Region der 17.000 US-Zollern. Dann gehen wir rüber in Ethereum, hier das Ganze ebenso erstmal auf dem 4-Stunden-Timefilm für unseren übergeordneten Count. Und zwar gehen wir hier bei Ethereum davon aus, dass wir uns auch hier in einer Welle Z in Richtung Lerolo bewegen. Auf vorzugsweise die 840 US-Zoller haben das Ganze hier nochmal unterteilt in das WXY wie bei Bitcoin, auch hier nochmal in das weiße ABC und auch den Untercount hier nochmal in gelb gekennzeichnet. Das Ganze können wir hier nochmal auf dem Stunden-Timefilm ein bisschen besser sehen. Auch hier rotes ABC, eben die weiße 200 teilt AB, aktuell auch hier nach wie vor noch in der C. Wir gehen auf dem 15-Minuten-Timefilm, wie korreliert natürlich hier der Ethereum-Count mit Bitcoin, aber tatsächlich relativ gut. Wir sagen, okay, wir sind hier hochgekommen in einer 1, runter in einer Welle 2 hier in der Orange. Auch diese haben wir hier bereits gefinisht und gehen jetzt hier aktuell nach wie vor, auch wie bei Bitcoin davon aus, dass wir in der Orange in 3 sind. Und auch diese Orange in 3 haben wir nochmal in den grünen Counter teilt, sprich 1, 2 und sind nach wie vor auch hier aktuell in der 3. Dann nochmal in der 4 runter, in der 5 dann nochmal in Richtung high high. Und dann wäre hier die nächste wirklich markante Haltestelle bei den 1250 US-Dollar. Aber auch hier können wir uns natürlich mal ganz kurz bereits hier die Targets von unserem grünen 1, 2 reinladen. Würden jetzt hier bei den 1234 US-Dollar kommen, was jetzt hier die nächste Haltestelle nach oben hin raus wäre. Grundsätzlich können wir auch hier nochmal den Untercount letztendlich betrachten. Hier gehen wir etwas, ja etwas, ich sag jetzt mal etwas entspannter an die Sache rein. Wir sehen jetzt hier mal 1, 2, sind aktuell hier in der 3 und kriegen jetzt eine sehr gedehnte 4. Bei Bitcoin gehen wir auch nur von einem minimalen Low-Row aus, dass wir hier eine gedehnte 4 kriegen, um dann nochmal in Richtung high high mit einer 5 zu gehen. Genau, das ist so unser übergeordneter Account hier auch bei Ethereum. Sprich auch hier können wir uns mal ganz kurz unsere wichtigsten Levels reinladen und zwar einmal von unserem Wellen-2-Load zu unserem aktuellen High. Okay, dann können wir hier ganz kurz das Wellen-4-Retrace mit reinmachen. Zack, zack, so und dann wäre hier erstmal die nächste wirklich markante Haltestelle des 0382er bei den 1216 US-Dollar und unserer 05er für über den 1214 US-Dollar. Sollte dieses brechen, ja müssen wir uns den Counter letztendlich nochmal anschauen, aber dann wäre die nächste Haltestelle hier im Bereich der 1208 US-Dollar eben in der Region unserer Ineffizienz. Das lässt das letzte Jahr schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und einen Komi dalassen und sonst würde ich sagen, ein Trailer ist raus. Wir finden uns dann einen schönen Montag und einen guten Start in die Woche. Wir hören uns dann morgen wieder oder später in der Talking-News-Gruppe. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, 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 ciao. Bis zum nächsten Mal.